und zurück zu batman arkham knight in dieser folge werden wir ins weißen haus gehen da hat uns ja der riddler schön freundlich dazu aufgefordert und werden mal schauen ob wir die catwomen befreien können 881 meter ich würde sagen wir machen uns mal auf den weg worte fack ok tue der finsternis zum ansehen der missionen steuerkreuz nach rechts worte fack ist es nicht rüttlers perfekte verbrechen kreatur der finsternis fall zusammenfassung ermittle wegen der geflügelten kreatur die den himmel unsicher macht fall fortschritt entnimmt der geflügelten kreatur zu analysezwecken eine blutprobe ok das machen wir jetzt aber noch nicht wir machen erst mal hier hinten weiter also an der hauptmission boah hier schocken also das spiel ist wirklich zu erschrecken wir finden sich auf mir gar die heile Was, sollen wir uns die ganze Nacht lang von Scarecrow belehren lassen? Okay, schau mal, 70 Meter noch. Na los, löst dieses Rätsel, Jungs. Wie nennt man den Typen, der die Fledermaus fertig macht? Äh, weiß nicht. Einen halben, so leid man ihn? Ha, 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 ha. Ich raff's nicht. Du willst mehr, mein Brechen. Alle Gegner außer den Rügelinformanten ausschalten, um ihn zu verhören. Alles klar. Nigma ist der Mann mit dem Plan. Der Rätseltyp? Nee. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Was macht die Fledermaus denn hier? Ich hasse. Willkommen hier. Der Riddler hat Catwoman. Sag mir wieso. Ich schwöre, ich weiß es nicht. Ich hab sie nur gefesselt und ihr drin zurückgelassen. Wieso? Was hat Nigma vor? Keine Ahnung. Ich hab sie nur hergebracht und ein paar von diesen Trophäen platziert. Das war's. Du musst mir glauben. Das tue ich. Nochmal hier rein. Ah, okay. Riddlers Versteck anscheinend. Ich hab' was jetzt machen müssen. Welches Mädchen träumt nicht davon, der Köder für ihren dunklen Ritter zu sein? Wir verschwinden. Du vielleicht. Ich aber nicht. Ah, beide Kandidaten sind endlich hier. Heute Nacht, Leute, haben wir Rätsel in Fülle. Aber zuerst will ich meine schönen Assistentinnen vorstellen. Ich hatte es satt, vom mutzlosen Abschaum in Gothams schäbiger und uninspirierter Unterwelt abhängig zu sein. Warum sich auf die Hilfe anderer verlassen, wenn man sie selbst designen, programmieren, entwickeln und dann herstellen kann? Nur zu! Oh, wir Blechbüchsen hier. Was soll ich denn hier machen überhaupt? Wenn's Ding ist und schlafen. Ich halte. 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 Du hattest hoffentlich Spaß, dunkler Ritter. Denn mehr wirst du heute nicht kriegen. Wie du siehst, hat diese krische kriminelle Katze ein neues Halsband bekommen. Mit jeder abgeschlossenen Aufgabe gibt es einen kleinen Schlüssel. Und erhalte alle Schlüssel und das Kätzchen ist frei. Entfernst du es zu früh, mach das Kätzchen um. Na toll. Nun steh nicht einfach rum, dunkler Ritter. Setz dich in deinen aufgemotzten Raketenschlüssel und komm zum Zugdepot im Cauldron. Mein erster Test erwartet dich. Der ist komplett krank, oder? Ich bin bald zurück. Und zwar so bald wie möglich. Typen wie Eddie ließen mich in Ruhe, bevor ich mich mit dir vertragen habe. What the fuck is that? Intro to the physics. No mercy. 101. Worauf wartest du? Muss ich erst meine Clown ausführen? Okay, es geht nicht auf. Ja, ich mach doch schon. Sir, ich habe wieder die Kontrolle über die Brücken. Gute Arbeit. Ich melde mich, wenn ich an der Mercy Bridge bin. Tja, Batman. Mein guter, das ist ja auch ein Dilemma, oder? Rettest du die unfähige Freundin, die sich hat kidnappen lassen? Oder die unfähige Freundin, die sich hat kidnappen lassen? Ich persönlich würde mir ja Eddies neuestes Todes ansehen. Ich bin sicher, er hat sich richtig Mühe gegeben. Außerdem. Du, Barbara, eh nicht ganz retten. Eine Hälfte habe ich ja schon umgebracht. So, nächstes Ziel, Missionswahl. Statt der Angst, Leute, Oracle aus dem Fan von Arkham Knight kehre zu Mercy Bridge zurück, um den Wagen des Arkham Knight weiter zu verfolgen. Yo. Ich gehe zurück zum Mercy Bridge, um die Spur des Wagens des Arkham Knight aufzunehmen. Miss Gordon zu wohl ergehen ist uns allen sehr wichtig. Viel Glück. Du verstehst das falsch. Es war nicht Batman. Muss dieser neue Spinner gewesen sein. Welcher neue Spinner? Scarecrow hat sich einen neuen Liebling zugelegt. Wohl Ex-Militär. Trägt ne Maske wie Batman. Super. Die Energie ist fast wieder weg. Die Energie ist fast wieder weg. Baah, ey, was den Dis? BADS. BADS? BADS? BADS! Tja, Batman, mein Guter. Das ist ja auch ein Dilemma, oder? Rettest du die unfähige Freundin, die sich hat kidnappen lassen? Oder die unfähige Freundin, die sich hat kidnappen lassen? Ich persönlich will mir ja etwas Neues, das Brutenspapierin anziehen. Ich bin sicher, er hat sich richtig Mühe gegeben. Außerdem kannst du Barbara eh nicht ganz retten. Eine Hälfte habe ich ja schon umgebracht. Okay, wir würden es nochmal auswählen. Ich gehe jetzt zurück zum Mercy Bridge, um die Spur des Wagens des Arken Knight aufzunehmen. Miss Gordon zu wohl ergehen ist uns allen sehr wichtig. Viel Glück. So, dann sagen wir mal, dass ich jetzt lebend durchkam. Okay, das ist eigentlich viel wieder gewesen. Ich glaube, das schauen wir uns in den nächsten Folgen dann mal an. Das Fahrtgelände, komm zum Fahrtgelände. Unter den rostigen Gleisen erwartet dich eine Arena, in die du Verzweifel bist. So, jetzt bin ich eh gleich da. Das ist aber eine echt fiese Wolke über Ace. Hä, ich habe gedacht, achso, ist doch gar nicht runter. So, 140 Meter. Dann sind wir schon da. Wollen wir, dass wir jetzt die Brücke dann runterkriegen. Um Wagen und Arken Knight weiter zu verfolgen. Alfred, ich bin an der Brücke. Ein Moment, Sir. Ich sollte Sie wohl warnen. Es erwartet Sie erhebliche Milizpräsenz. Ist notiert. Ich habe Zugriff auf die Dateien, an denen Miss Gordon vor ihrer Entführung gearbeitet hat. Sie hat wohl eine Schwachstelle der Drohnen entdeckt. Ein direkter Treffer mit der Walkekanone auf die Sensoren sollte sie mit einem Schuss zerstören. Oh. So, schüttchen, die Arkenbrücke wurde er untergelastet. Er kommt. Mamba Drogen aktiv und gefechtsbereit. Oh. Diamondback getroffen. Der macht es nicht mehr lange. Primierziel getroffen. Jetzt erledige ich ihn. Der hat eine Drohne erwischt. Nein. Nein. Okay. Ok. Verwendet den Forensik-Scan um die Rute des Militär-Fahrzeugs zu verfolgen. Jetzt nichts Arzt! Stell Straßensperren auf! Riegel die Insel ab! Hä? Zentrale hier Falcon 5! Vandalierer Roten bei Falconi Shipping Gesicht! Wieder zurück jetzt! Hä? Juhu, da geht's doch weiter, genau! Zack, 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 zack! Mehrere Drohnen offline, was zum Teufel war das? Der Feind hat jetzt die Möglichkeit zum Parallelangriff! Denk schneller! Drohne hält Position! Unter Beschuss! Machen wir jetzt aber Ruhe hier! Äh, Ruhe! Genau, jetzt geht's weiter! Ja! 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 Dann können sie lang parkieren! troop plain flackiert! Ja, du kannst es lang parkieren! Böhm Ach Viel Zack, zucker Burton Naja Habe gleich eine Verbindung, Sir Erwarten Sie geringen Widerstand, Sir Backmobil gesichtet, Kingston Er hat eine Drohne erwischt Nein Mann Scheiß viel Stürb Boah, Alter, was ist die los, eh? Stürb Stürb Okay Die Sprengladung der Bombe liegt frei Mit Hilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen Okay Gratulation, Sir, Bombe zerstört Hör auf zu versuchen, diese Stadt zu retten, Batman Sie ist bereits verloren Schauen wir uns in der nächsten Folge an Und dann Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet Und auch ein paar Kommentare da lasst Erstmal die Dänische Wende machen hier Genau Genau Wie es dabei geht, schauen wir uns in der nächsten Folge an Bis dahin, viel Spaß Und ciao Ciao